Heute mal in Fürstlichdrena. Ich stehe jetzt mitten im Zentrum, wenn das ein ganz kleiner Ort ist, gehört zur Stadt Luckau. Ich möchte mir heute das Schloss angucken und dann mal in Richtung Schlamendorfer See gehen. Fürstlichdrena ist ein Ort mit sehr wenigen Einwohnern, wenige hundert, hat aber einen wirklich historischen Ortskern. Wie ihr seht, wunderschön. Wir gehen jetzt erstmal in Richtung Schloss. Das blitzt da hinten ja schon durch. Halb drei ist es zwar noch nicht, wie es die Uhr anzeigt, aber alles wunderschön saniert. Hier jetzt erstmal ein paar Eindrücke vom Gelände, vom Schlosshof. Unfall am Dorf von Schröpfchen. Oder ein Päuchwäzря. estens . Da war dieilateralen Erklärung. 보면 außerhalb des Mrds. Schauch am Fahrgel glitch. Boom. Wow. Umgeben von einem Wassergraben, der wunderbar ungewünschte Besucher abhält. Und es schließt sich ein Schlosspark an, den ich mir jetzt mal näher angucken werde. Hier nochmal ein kleiner Rundumblick von dem sehr bescheidenen, kleinen Anwesen. Das ist jetzt der Schlossteich, ihr seht ringsrum sind Wege angelegt. Ich habe noch Glück, dass heute Lockdown Sonntag ist. Es sind wenige Leute hier, aber es sind einige da. Daher kann ich noch ein bisschen filmen. So, ich werde mir jetzt mal einen Weg in Richtung Schlamendorfer See suchen und dann geht es weiter. Das Schlosspark hier hat einen sehr beeindruckenden alten Baumbestand. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Das ist eine nordamerikanische Douglasie mit einem Stammumfang von mehr als fünf Metern. Das ist durchaus nicht der einzige Baum dieser Größenordnung in diesem Park. Und das obwohl der Park unmittelbar an der Grenze des ehemaligen Tageboss Schlamendorfs Süd ist. Allerdings seht ihr vielleicht jetzt hier durchblitzen die Warnschulter, die überall am Rande des Schlossparks aufgestellt sind. Wir kommen also nicht näher ran und müssen in Richtung Warnlinchen auf die andere Seite des ehemaligen Tagebaugeländes. Das sind Flächen der Sielmann Stiftung und dann denke ich, kommen wir da besser ran. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des ehemaligen Tagebaus angekommen. Da hinten seht ihr die Häuser von Beestau. Hier wird gerade ein Fahrradweg um den See gebaut oder saniert. Ich bin ja das erste Mal hier. Ich nehme mal an, der ist saniert worden. Das ist jetzt der ehemalige Tagebau Schlamendorfs Süd. Bis 1990 etwa in Betrieb. Teile des Sees gehören heute zur Sielmann Stiftung. Der Naturfirmer Sielmann hat ja hier Flächen oder die Stiftung von ihm Flächen gekauft. Hier wird die Natur sich selbst überlassen. Im Sinne des Wortes kann sich ihr ehemaliges Gebiet zurückerobern. Man sieht auch noch genau, dass das ein ehemaliges Tagebaugebiet ist. Da hinten zumindest sieht man das sehr deutlich. Das Wasser sieht herrlich aus. Allerdings ist das auch noch alles Sperrgebiet. Dort in die Richtung, wo wir jetzt gucken, da müssten noch Aussichtstürme sein. Schauen wir mal, ob wir da rankommen. In Schlamendorf selbst gibt es wohl auch eine kleine Marina. Das gilt es alles noch zu erkunden. Ich bin jetzt im Heinz-Sielmann Natur- und Erlebniszentrum angekommen in Maninchen. Schauen wir jetzt hier erstmal das Gelände an. Betterspause in Maninchen. Ich sitze hier auf der Bank im Zielmann Zentrum. und lasse mir die Sonne auf den Bauchschein. Auf dem Weg nach Hause noch ein kurzer Stopp in Schlamendorf an der Marina. Ihr seht, ein bisschen Platz ist noch in der Marina in Schlamendorf. Ich weiß gar nicht, ob es schon eröffnet ist. Hinter mir stehen noch Bauzäune. Aber der Blick ist natürlich fantastisch. Mit den folgenden Bildern sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal aus Schlamendorf am See. Eben. Sehr schön. Ich cleaning euch. Ich bin ein bisschen fertig. Aber ich bin ein bisschen an der Verkurenstelle. Er war schon ein dick. Ich bin ein bisschen. Ich komme wieder an dem Ästern. Ich bin etwas über. Da haben wir gehört. Es kommt wieder an die Hände. Untertitelung des ZDF, 2020